ab heute nur ein kleines mini schädchen suppe gegessen und was dann auch schon ich habe keine zeit mehr ich hatte vom stream keine zeit zum kochen sonst hätte ich das ja gemacht wie gesagt ich habe arbeitsschnell eine suppe warm gemacht davon ist frisch aus jetzt den ganzen rest weil das sind ja nur immer so kleine dosen und ja ich hatte dann halt so ein kleines mini schädchen ich hatte keine wahl alles was ich gekocht hätte hätte halt so 40 bis 60 minuten gedauert wo er es halt für die nächsten tage schon verplant deswegen da will es einer der hund vermisst das war immer noch das bandana was ich anwesert habe hau bieber kreak looks like we're not allowed to get out wuffl that's a cool memento of our secret cabin in the woods thanks clear but i will never wear these things das glaube ich gerne tania was training his precision with these fucking awesome das ist eine tasche daniel knows how to milk grandma for toys good he deserves to be spoiled finally breakfast almost done so come down when you're ready okay okay das erinnert mich so ein bisschen an mein großvater nur dass er nicht ganz so eine große bahn hatte das ist ja auch ein tunel mehrere verschiedene leise nur kein wasser das war aufgemalt die sind einfach so groß wie die bei meinen großeltern echt die hier ist ja ich sag mal so die von meinem großvater geht ungefähr bis hier oder ging die platte existiert nicht mehr und das ganze hinteres stück wäre zum beispiel nicht da gewesen und halt die berge waren halt nicht so aber ansonsten kommt es dem schon nah da habe ich mich tatsächlich ganz ganz früh auch mal wie viel interessiert ich habe dann auch immer geholfen die 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 häuschen dazu machen war eine scheiße arbeit aber war cool das ist eine gute frage gute frage das ist eine gute frage also ohne heißes wasser könnte ich nicht oh ja das die erfahrung mit dem gebiss habe ich auch schon gemacht da habe ich nämlich auch mal ich weiß gar nicht da war ich noch jung und wollte wissen was im badezimmer frank meiner großeltern alles drin ist ganz oben war das gebiss von meinem großvater früher noch drin so ein gebiss teil es war lecker sehr lecker hmm eke auf der hinderung eke auf kurz und knapp ja oh ja es war nicht lecker ja vor allem wenn du ja als kind noch nicht weißt was das ist weil du ja denkst okay ne deine großeltern haben ja vorne noch alle zehn aber es waren halt für hinten ne zum draufsetzt oh gott es war ach das nie vergessen was das für alle fünf zwei drei vier 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 Awww. Du musst mal wehen. Wir haben schon früher Zeit. Oookay! Oh, ist das dunkel? Guten Morgen, Snoopyhead. Guten Morgen! Nein! Ja, ich bin hungrig, aber... Ich würde mich gerne vorher noch umsehen. Mal, Toiletten! Nee, hier kann ich ja sonst nichts weitermachen. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Na Abend. Ihr Bruder ist bereit. Grandpa, ich zeige mir eine Boxcar. Steven? Ihr Grandson braucht jetzt zu essen. Ihr könnt ihm die Boxcar später. Wenn jemand mit der Rufhälschklinght. Ich liebe ihn, wie sie sich mit der Rufhälschklingeln. Wenn jemand mit der Rufhälschklinght ist. Yep, has to go straight to the workshop. Good. No trains in the kitchen, remember? Gotcha, Chief. Choo-choo! Ah, sugar. He can fix his trains, but not my kitchen. Did I make enough? Everything's okay? It's great. No, Waffeln. Das muss man auf die nächste Einkaufsliste. Ich brauche Waffeln. Ich brauche Waffeln. Oder selbstgemachte Waffeln. Aber wir haben kein Waffeleisen. Hallo, Kitty. Kannst du ein bisschen schlafen? Yeah. Yeah, it's nice to be far away from everything. Feels like we're the only ones out here. Well, that's exactly why we love it. It feels safe. Unlike the big city. I get it. I like it. It's cool here. Well, bless your soul. You'd get along good with our neighbors. We try to lend a hand. Like to Charles next door. He lost his wife and... 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 Ah, okay. Yeah, but it's so good. He got lost in Seattle. But we're all taking care of him here. How old is his son? I think he's your age. Oh, cool. Du kleines Drecksbalk. What's going on back there? Nothing. Oh, I thought Stephen was a fast eater. Hey, Grandma, I wanted to ask you something about that locked room upstairs. I told you, there is nothing to see in it, Daniel. Why were you in it this morning, then? Because there's a lot of old junk in there. And besides, it's not safe for you to explore, okay? We'll be fine. Why don't you go explore outside? You sure look like you're getting better. Get some fresh air. I'll wait for Sean, and then we'll go. We won't be left. Promise. But be careful nobody sees you. Stay in the back, okay? Maybe you should tell him that it was Karen's room. It's just a room now, Sean. Nothing to see. It's not a same way, right? No. Why lock it then? It feels like you're hiding something. There's no secret. We just want to move on with our lives, Sean. So nobody goes in the room, okay? I'm serious. Did Mom ever contact you? She only talked to Dad a few times. Then she was gone. Yes, she was. You know, Sean, I don't really want to talk about this anymore. It's over. Anyway, you have to respect my rules under my roof, okay? Of course. Always. I appreciate that, Sean. Now you better go find your brother. There's a shed with some old toys outside. I'll bet Stephen has the key. Ten year old freak. Thank you. Okay. Then we can see her now. It's cool that Claire does her little paintings. You belong in the cupboard. Clean kitchen equals clean conscience. Hmm. Claire could totally be on one of those cooking shows. She would be brutal. Ja, Omas sind meistens nicht zu schlagen, was das angeht. Wenn die Liedschen singen. But pretty impressive. Yeah. Pretty different from the one we had back at home. Hausarbeit Steven. Saugen, Handtücher falten, Schublade reparieren. Sean Danny, Zimmerform, schmutzige Wäsche waschen, Großeltern umarmen. Claire, alles andere. No. Oh, Rita. Is it... Shoot. I don't know. Da gehe ich gleich hin. Hey, die Fotos. No, Doggie. I don't picture Claire and Stephen as world travelers. Kleine stupid. Where was that picture of you guys on the beach from? We went to Hawaii when Stephen retired. Believe it or not. That's so cool. I could totally see you surfing. Did you love it? Well, it was too much paradise for me. I think Stephen could have stayed. Dad said Porto Lobos was... Like a mini paradise. Of course you would. That doesn't mean you'll think that. We'll see. Das räumen wir mal auf. I heard Claire rehearsing songs. She's got the groove. Mit der ganzen Familie, mit Apfelkuchen. Icknock. Er bereitgestellt, okay. Oder Icknock. Ein Flaschenschiff. Oh, this looks cool. Too bad it's broken. It's... It's fine, really. We don't have to. Genau, zeichne mal. Hey, I wanna be in your drawing. Oh, don't draw me like this, Sean. I'm a mess. Don't worry. I'm drawing the whole room. Good. Okay. Got it. You're so passionate. I'm not moving. Hope I look good. I'm not moving. Hope I look good. Gee, I could never do that. I've looked enough. Time to draw now. I look good. Drawing starts by observing. Like her teacher used to say. I'm not moving. Hope I look good. I'm not moving. But I can add more details if I want. Also ich hätte einfach die ganze Zeit wiederholt. I'm not moving. Ja, ha. Weißt du, dass du dich nicht bewegst. I'm not moving. Hope I look good. Wie nervig kann man ein Kind machen? Ja. 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 Die Liebes-Romane. Wahrscheinlich. Ich glaube kaum, dass es was für seinen Großvater ist. Ich glaube kaum, dass du dich nicht bewegst. Das ist luxury. Man, kann man imagine watching a slasher out here? Deep in the woods. No one around. No way. Two stairs. Mm-hmm. I'm glad I picked these up. Gives me something to work on when they're all watching TV. Tried one of Claire's books yesterday. It's basically a telenovela with white old women. Where are the fish? Well, there's only one. And he's terribly shy. He's schüchtern. Ein Fisch, der schüchtern ist. Never. Ich will gleich mit dir reden. Schüchtern. Du bist nicht schüchtern. Ich sagte mir, du bist schüchtern. Hold on. Das ist mir schüchtern. Oh, okay. Sorry. Your grandmother keeps telling me, but I'm a lazy old man. Hey, can you close the door? I want to talk for a second. Oh. It's the power cable, of course. It happens all the time. Is it something you can say? Jetzt ist die Frage, bewahren wir das Geheimnis oder sagen wir die Wahrheit? Was meint ihr? Wahrheit sagen, weil die Geheimnis über unseren Bruder verheimlichen. Ich überlege gerade schon, was ich damals gesagt habe, Wahrheit, immer Wahrheit bewahren. Ich weiß halt echt nicht mehr, was ich damals genommen habe. Ich glaube, ich habe damals das Geheimnis bewahrt, ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß es nicht. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir diesmal ein anderes Ende kriegen als beim letzten Mal. Also es steht jetzt gerade 1-1. Cool. Stimmt, ich darf die Maus nicht bewegen. Na gut, doch, ich muss ja bestätigen dann später. Ich würde die Wahrheit sagen, irgendwann finden sie das eh raus. Okay. Da steht 2-2-3. Ja, ich drücke ja schon. Sehr gut. Dann sagen wir die Wahrheit, Wahrheit ist eine Scheidung. Wir sind noch nicht verheiratet. Noch kannst du dich nicht scheiden lassen. Du kannst nur die Verlobung zurückziehen. Sei nur witzig mit dem Typen da verheiraten. Dann tue dir keinen Zwang an. Ja, gute Frage. Ja, so viel mehr wissen wir auch nicht. Ja, wirklich. Es begann in Seattle, nachdem alles passiert. Ich wünsche mir das, aber das ist wie es jetzt ist. Und wir müssen mit dem leben leben. Ich weiß wirklich was, was man denkt. Ich versuch's Objekt in Area 51. Wir verstehen's ja nicht mehr selber. Ich versuch's, Daniel. Und ich möchte beide zu sein, dass sie sicher und glücklich sind. Was ich versuch's, ist, vielleicht sollten Sie hier bleiben mit uns. Ich weiß, dass ihr beiden Planen zu gehen nach Mexiko, aber... Danke. Vielleicht können wir, aber... Warum nicht? Ich weiß, dass wir hier in den Städten mit uns olden Farts nicht spannend sind, aber... das ist dein Haus jetzt. Es ist cool. Ein bisschen anders. Aber... ... 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